Sie brauchen, damit so eine Diktatur funktioniert, eine ganz große Zahl von Zuträgern und Mitmachern. Es funktioniert eben nicht nur mit einer kleinen Elite. Es gab eben auch viele Mischformen, viel Weggucken, viel eben Nicht-Hinterfragen. Und das zeigt, manch einer hätte auch Zivilcourage leisten können und er wollte es nicht. Ostdeutschland ist von 1933 bis 1989 unter Diktatur, nicht zwölf Jahre nur. Und das waren zwar unterschiedliche Diktaturen, aber in beiden galt, fürchte dich, passe dich an und es wird dir gut gehen.